Musik Also zumindest ist eines meiner größten Wünsche gewesen als Kind eine Sprechpuppe. Und die saß da noch irgendwann. Ich habe sie mir gewünscht und habe gehofft, ich bekomme sie. Und dann gab es die Bescherung und Weihnachten und wir kamen in das Zimmer und ich suchte überall eine dieser Puppe, weil ich hatte so gehofft, dass ich sie bekomme. Und die waren nicht zu sehen. Und dann war ich schon ziemlich traurig und dann sagten meine Eltern, als ich dann so auf der Couch in mich zusammensuchte, guck mal nach oben, sank und dann saß sie oben in der Lampe. Geschichte eines Pfefferkuchenmannes von Jens Paul Richter Es war einmal ein Pfefferkuchenmann von Wuchse groß und mächtig. Und was seinen inneren Wert betraf, so sagte der Bäcker prächtig. Auf dieses glänzende Zeugnis hin erstand ihn der Onkel Heller und stellte ihn seinem Patenkind, dem Fritz, auf den Weihnachtsteller. Doch kaum war mit dem Pfefferkuchenmann der Fritz ins Gespräch gekommen, da hatte er schon aus Höflichkeit die Mütze ihm abgenommen. Als schlafen ging der Pfefferkuchenmann, da bog er sich krumm vor Schmerze. An der linken Seite fehlte fast ganz sein stolzes Rosinenherze. Als Fritz tags drauf den Pfefferkuchenmann besuchte ganz früh und alleine, da fehlten, oh Schreck, dem armen Kerl, ein Arm schon und beide Beine. Und wo einst saß am Pfefferkuchenmann die mächtige Habichtnase, da war ein Loch und er weinte still eine bräunliche Sirupblase. Von nun an nahm der Pfefferkuchenmann ein reißendes, schreckliches Ende. Das letzte Stückchen kam schließlich durch Tausch in Schwester Margeretchens Hände. Die kochte als sorgfältige Hausfrau draus für ihre hungrige Puppe auf ihrem neuen Spiritusherd eine kräftige, leckere Suppe. Und das geschah dem Pfefferkuchenmann, den einst so viele bewundert, in seiner Schönheit bei Bäcker Schmidt im Jahre 1900. Die kochte als sorgfältige Hausfrau-